Okay. Nächstes Sperrgebiet. Nicht gut. Ich brauche einen Menadi. Beziehungsweise... Ein Fahndungsfoto weg. Die Capture-Card kommt gerade wieder nicht mehr hinterher, ne? Hier hängt noch ein Fahndungsbild von mir. Irgendwo... Ist das ein Menadi? Würde ich mir vielleicht lieber aufheben wollen. Achso, ich bin ja auf null. Vielleicht können wir damit jemanden anzünden. Das eine Mal haben wir uns selber damit angezündet. Ist er das noch? Kann ich mal kurz was trinken? Ich redefeier. Ich weiß noch nie. ich habe wieder zwei fertigkeits punkte aber davon kann ich mir glaube ich noch nichts kaufen oder ich könnte mir das dritte das letzte hilfsmittel noch holen dann machen wir das dann markiere ich erstmal die quest dann gehen wir aber noch mal zu einem händler mary phillips danke für dein verlohung händler hallo sei gegrüßt zeigst du mir deine waren hier ist was ich habe aber hier haben wir schon alles leer gekauft am gut thank you sonst nichts ich muss gehen kommen wir noch da vorbei was ich bin jetzt hier schon wieder im questgebiet passt ich brauche einen anderen händler ich habe die schon leer gekauft ich weiß nicht ob ich den händler hier auch schon leer gekauft habe ich habe ja auch schon Ich hätte mir das vielleicht irgendwo notieren müssen, wo ich jetzt schon shoppen war. Und nur noch nicht. Ich weiß, du bist nachsichtig. Erstmal Bären hier essen. Oh, stimmt. Und ich muss Heilung kaufen. Das ist am wichtigsten. Erstmal Heilung. Oh, ich habe bei ihm auch schon alles leer gekauft. Ein gutes Geschäft. Flickzeug für deine Ausrüstung. Was das? Ich sollte mal weiter. Gute Reise. Wo kriege ich ihn jetzt noch? Es hängt schon wieder. Meine Capture Card hängt. Ich glaube, meine Capture Card stirbt. Ah, sie lebt wieder. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, wir werden das Spiel wahrscheinlich auf den ersten Tag. Vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist gut. bisschen zu langweilen. Ich hoffe, hier kriege ich jetzt noch Zahnräder. zahnräder eine stunde schön dich zu sehen ja zwei jahre gegrüßt vieles ist frisch reingekommen doch hier war ich auch schon da willst du deine ausrüstung verfeinern sonst nichts auf ein andermal mach's gut sahib ich brauche ich musste mal deswegen gehe ich nie shoppen weil sich das genau so anfühlt du gehst von von a nach b irgendwo findest du das was du brauchst zwei schon ja was also auch die zweite verpasst so so ich grüße dich sei gegrüßt schauen wir mal was du hast das kam frisch rein es kann doch nicht sein dass ich etwas ausbessern die sollten einem niemals ausgehen überall schon war ist das dann alles ich gehe dann mal leb wohl ich gehe dann ich gehe trotzdem mal ins bruderschaftshaus und guck mal ob ich noch was verbessern kann bei meinen hilfsmitteln ein geschenk zur wiedergutmachung was da drin eine trophäe der rauchbombe dürfte ich jetzt alle hilfsmittel haben also entweder ich level jetzt den lärmer auf drei und die rauchbombe auf eins oder ich mach die rauchbombe auf zwei ich nutze die rauchbombe eh nicht ich mach erstmal hier auf drei das soll ein happy mode sein dass in bei alles und nichts was dahinter ist happy das sieht wirklich aus wie ein schreiendes remote okay also das sieht wirklich jetzt nicht so happy aus okay ich brauche jetzt noch insgesamt 90 und 150 sind 240 war noch 240 zahnräder sonst noch was ja ich bräuchte 240 zahnräder ich stehe in eurer schuld auf bald danke ich okay aber ich glaube hier gibt es auch immer noch zahnräder als belohnung ja okay easy ich muss die eh alle machen für die trophäe oder fast alle ich glaube jetzt ganz zehn muss ich machen aber da kriege ich auf jeden fall die zahnräder noch zusammen das ist gut ich habe übrigens mal geguckt es gibt hier eine stelle wo man auch gut eine trophäe machen kann hier oder kann ich die trophäe jetzt überhaupt noch machen ich muss mal kurz gucken gehen was so sieht das happy aus ach so du meinst du ziehst dich jetzt auf discord oder ich weiß welches im auto happy ist das mit der schlüpfe das sieht sehr glücklich aus wartet mal genau 23 stunden und 47 sekunden habe ich jetzt gespeichert aber cutscenes und so zählt es glaube ich nicht mit ich muss jetzt was testen chat die sind ja alle wieder da chat ihr habt doch einen kurzen moment zeit mit gebracht oder mal kurz speedrun hier oder so mal kurz mal kurz Du musst zum Zug, Nico. Ja, ich wollte nämlich mal was ausprobieren. So schon mal nicht. Aber ist schon krass Speedrun, was ich jetzt hier mache. Im Vergleich zum letzten Mal. So, und jetzt? Jetzt machen wir folgendes. Jetzt bin ich im Kampf. Und jetzt warten wir hier 10 Minuten. Ich hoffe, die haben das nicht rausgepatcht. So, wir gucken auf die Uhr. 18.24 Uhr. Wir können uns jetzt ein bisschen über unseren Tag unterhalten, Jack. Hatten wir das nicht schon mal? Nee, das mit den Hühnern haben wir nicht. Also, das Gebiet haben wir schon mal gemacht, ja. Aber das mit den Hähnen haben wir noch nicht gemacht. Die Trophäe ist, du musst 10 Minuten im offenen Kampf bleiben. Und das ist halt mit den Wachen gar nicht so einfach, weil es werden ja immer mehr, wenn du verfolgt wirst. Und ich habe gelesen, dass man mit den Hühnern diese Trophäe ganz gut machen kann. Musik ist cool, ja. Ich hoffe nur, dass in der Zwischenzeit nicht die Wachen respawnen und mich hier noch platt machen. Aber, wie gesagt, ich hoffe, die haben das nicht rausgepatcht, dass die Hühner irgendwie nach 3 Minuten gehen. Wir müssen jetzt hier nur 10 Minuten warten. Die Kamera dreht sich übrigens automatisch immer wieder so. Ja, ähm. Und sonst so, Jack? Ich mache mir noch mal Brownies. Ich hätte drüben auch Süßigkeiten. Das ist wie in Indien und so, wo die mit ihrer Pfeife, mit ihrer Flöte flöten und die Schlangen dazu tanzen, tanzen hier die Hühner für mich. Die Chicks tanzen für mich. Ich habe nämlich ein langes Schwert. Da tanzen die Chicks jetzt für mich. Äh. Zweieinhalb Minuten haben wir, glaube ich, schon. Die meisten Leute auf der Arbeit sind wieder fit. Stimmst erscheint überstanden. Ja, ist die Hauptsache. Bei mir auf der Arbeit sind aktuell eigentlich auch alle gesund, außer ich. Nicht ganz fit, aber... Das ist okay. Das Gute ist ja, dass ich streame ja morgen Abend auch noch mal. Das mache ich ja normalerweise nicht. Das liegt aber nur daran, dass bei uns ja Mittwoch ein Feiertag ist. Ähm. Und das ist, glaube ich, ganz gut diese Woche. Da habe ich noch mal so einen Tag. Noch mal zum ein bisschen rumchillen. Füße hochlegen. Rucksack packen. Da drüben laufen schon wieder Wachen rum. Das gefällt mir nicht. Ja.